Viele arbeiten mit Webflow, weil es damit möglich ist, Webseiten innerhalb von wenigen Tagen zu erstellen. Und heute zeige ich dir mal einen Weg, wie du das sogar noch reduzieren kannst auf wenige Stunden. Du hast richtig gehört und das ist möglich mit der Reelume-Library, die wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Das sind sozusagen vorgefertigte Komponenten und Module, die du über den Browser einfach per Copy-Paste in dein Webflow-Projekt rüberholen kannst. Und mittlerweile sind es sogar schon über 650 Stück und wir bauen damit heute einfach mal so ein bisschen eine Landingpage auf, um zu schauen, was es da alles so drinnen eben vorgefertigt gibt. Und ich war wirklich begeistert von dem Tool und deswegen habe ich die zwei Jungs gefragt, ob sie nicht vielleicht einen Rabatt-Code für meine Community haben. Und der hat mir zurückgeschrieben mit dem Code Jonas20 erhältst du 20% Rabatt auf den monatlichen oder auch den Jahresplan. Über den Link in der Videobeschreibung kannst du das Ganze dann dort eingeben. Ich weiß von vielen Webdesignern da draußen, dass sie eben auch häufig Anfragen für so kleinere Webseiten von 2.000 bis 4.000 Euro bekommen, wo man innerhalb von wenigen Tagen einfach mal eine Website bauen muss mit überschaubarem eben Elementen und Komponenten drin. Und genau dann, finde ich, ist so eine Library richtig, richtig nützlich. Und du könntest im Prinzip auch einfach mal für einen Monat nur den Account dann nutzen, die Website umsetzen und das Ganze dann erstmal wieder kündigen. Gerade aber auch für so einen Wireframing-Aufbau ist es, glaube ich, richtig gut geeignet. Oder eben, wenn du einfach so einen Boost am Anfang möchtest, um eben schnell ein Projekt zu starten, könntest du dir die Elemente, die Komponenten reinziehen und dann eben jeweils deine Designs, deine Stylings eben von dem Projekt hinzufügen. Schauen wir uns einfach an, wie das Ganze hands-on funktioniert. Das Erste ist, dass wir den ihren Styleguide klonen müssen, um sozusagen dann auch damit ein Webflow-Projekt zu erstellen. Das machen wir jetzt hier auch einfach mal. 3D-Landing-Page nennen wir das jetzt mal. Und das basiert, dieser Styleguide, der da drin enthalten ist, basiert auf dem FinSuite Client-First-Webflow-Style-System. Falls du das nicht kennst, kannst du hier in die Dokumentation mal genauer reinschauen. Im Prinzip aber einfach eine vereinfachte und klare Weise, wie man in Webflow Klassen benennt, wie man das Ganze strukturiert, das Projekt und so weiter. Auch komplett kostenlos und für welche, die ordentlich in Webflow arbeiten, überhaupt kein Problem, da irgendwie schnell einzusteigen. Also man versteht ziemlich zügig auch, wie das Ganze funktioniert. Im Projekt selber haben sie jetzt hier auch so ein bisschen eine Willkommensnachricht. Das können wir erst mal rauslöschen. Und dann fügen wir am besten in den Project Settings erst mal eine Font hinzu, damit das Ganze jetzt hier ein bisschen, ja nach ein bisschen was Besonderem aussieht. Und klar, wir wollen das jetzt nicht bis ins letzte Feinschliff irgendwie feintunen und designen, aber so ein bisschen grob, dass wir ein bisschen Gestaltungselemente nutzen können und du ein bisschen siehst, wie man das auch eben handhaben und verändern kann. Und dann gibt es hier einen Styleguide, der als Entwurf gespeichert ist. Und hier ist von der Client-First-Styleguide-Library eben schon mal alles drin, was so in dem Webflow-Projekt auch vorkommen kann. Und du kannst hier jetzt ziemlich simpel auch hingehen und Dinge ändern. Zum Beispiel, wenn wir hier den Body markieren, können wir Body All Pages einmal Bescheid geben. Du nimmst als Standard-Font für alle Elemente und Texte die Man-Rope. Und das passt also soweit schon mal. Und dann kannst du hier zum Beispiel auch bei den Button einfach hingehen und sagen, ich möchte die Button vielleicht irgendwie ein bisschen moderner haben, ein bisschen abgerundet, ja. Und dann siehst du, wird das direkt auch übernommen. Und genauso könntest du hier noch ein bisschen die Größe vielleicht verändern. Und wenn du sowas machen möchtest, ja, gehst du am besten immer hier zu diesem Styleguide hin, weil dort im Prinzip alle Elemente sind, die dann auch gleichzeitig verändert werden. Wenn du dir eine Komponente von Reloom einfach rein kopierst, dann kannst du auch diese Stylings immer darauf anwenden oder sie sind eben schon so eingegeben, wie sie auch hier sind. Ich habe hier oben zum Beispiel jetzt ein paar Headline-Größen auch noch mit angepasst. Wichtig ist hier, dass du es einmal in den HTML-Headings machst, also all H1-Headings und so weiter hier einmal veränderst und parallel dann die Heading-Classes, ja, die du jeweils auch anwenden kannst auf Paragrafen, auf Textelemente, auf andere Headline-Größen. Einfach, die dir dann als Style-Klassen zur Verfügung stehen. Also auf beiden Seiten immer hier einmal machen. Gehen wir mal zurück jetzt in den Page-Wrapper, Main-Wrapper und hier fügen wir im Prinzip jetzt als erstes mal was ein, was bei einer Website häufig eben ganz oben ist. Gehen wir hier in die Library rein und filtern mal nach Navigation. Hier gibt es vier Stück und da kopieren wir uns jetzt einfach mal eine hier raus und fügen die hier ein. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze hier auch einmal testweise, ja, zu beschriften. Das soll jetzt ja alles einfach nur so ein bisschen fake sein. Die scrollen einfach nahe zu bestimmten Sektionen hin. Und das Coole ist, dass das Ganze jetzt wirklich hier schon responsive ist, ja. Das ist alles schon fertig gestylt bis in den kleinsten Screen und da musst du alles erstmal nichts machen. Klar kannst du jetzt hier Hintergrundfarbe, die Größen von denen verändern, etc. Und das alles kannst du jetzt hier noch machen, aber der Grundbaustein ist vorhanden und auch schon da, ja. Auch hier jetzt, du siehst in der Namensgebung, haben sie immer jetzt Navbar 2 drin stehen, überall, was auch die Kind-Elemente betrifft. Das ist einerseits gut, falls du mal nochmal gucken willst, was habe ich da für eine Komponente verwendet. Aber du kannst natürlich auch jetzt hingehen und hier das Ganze hier einfach umbenennen. Macht also nichts aus, aber musst du auch nicht, ja. Kann auch natürlich so bleiben, dann weißt du auch Bescheid, was du da genommen hast. So, das Erste wäre also vielleicht vom Design her so ein bisschen anskizziert, ja. So eine Hero-Section ganz oben, wo ein bisschen Text auch daneben ist. Deswegen gehen wir hier jetzt mal in die Komponenten rein und gucken. Hero-Header-Section, da ist das vielleicht dabei mit Image-Video auf der linken Seite. Und das ist vielleicht hier Header 37, sowas brauchen wir jetzt hier mal. Und das kopiere ich mir jetzt hier auch wieder einfach rein. Jetzt kommt eine Info, die ist ganz nützlich für dich mal zu wissen von Webflow, dass eben schon eine Klasse Button vorhanden war. Und deswegen wurde das, was du hier jetzt eingefügt hast, in Button 2 umbenannt. So, das ist etwas, das können die Jungs von Reloom nicht ändern. Das ist etwas, was von Webflow ist, um Konflikte zu vermeiden. Was du da jetzt machen kannst, ist, wenn sowas passiert, dass du hier jetzt einfach reingehst und sagst, okay, das ist jetzt Button 2, aber die Klasse, die heißt eigentlich Button. Und das siehst du ja auch dann sofort. Das ist der Styling aus unserem Style Guide, den wir sozusagen ja auch gewohnt sind. Und deswegen gebe ich das hier nochmal ein. Ganz am Ende kannst du hier auch dann Cleanup alle Styles, die du nicht verwendest, auch dann nochmal löschen. Das ist ein bisschen aufgeräumt. Und diese Konflikte können mal entstehen, gerade wenn du jetzt nochmal Header 37 Section hier reinkopierst, könnten auch nochmal weitere Konflikte entstehen, weil genau das eben auch so heißt. Wir können das jetzt hier auch im Prinzip auch umbenennen. Ich weiß, dass wir aber vielleicht als nächstes so ein paar Projekt-Teaser haben. Deswegen dupliziere ich mir das einmal und nutze jetzt hier dieses obere einfach mal Section, vielleicht Intro könnten wir das mal umbenennen. Und jetzt haben wir hier an der Stelle momentan eben so, dass das Bild auf der linken Seite immer über die ganze Breite geht. Und das kann man vielleicht unten bei den Projekt-Teasern können wir das gleich verwenden. Oben wollen wir das aber zum Beispiel nicht haben. Einfach um dir mal zu zeigen, wie du das jetzt auch anpasst und anwenden kannst. Wir nehmen uns jetzt einfach erstmal ein Bild rein, dass wir überhaupt was haben. Und wollen jetzt eben in die Section nochmal einen Container einsetzen. Packen wir also erstmal einen Div hier rein. und in der Client-First-Finstreet-Library heißen die auch Container. Und dann gibt es Large, Medium und Small. Und wir nehmen jetzt hier uns mal den Large und dann ziehen wir uns einfach die Komponente rein. Und jetzt haben wir das quasi schon begrenzt hier mittig. Jetzt könnten wir im Hintergrund noch so ein bisschen eine andere Farbe nehmen. Dadurch, dass wir hier jetzt eben eine eigene Klasse in der Section jetzt vergeben haben, betrifft es jetzt die untere dann nicht. Und deswegen können wir hier jetzt einfach einmal hingehen und der ganzen Section hier eine Hintergrundfarbe geben. Und dann sieht es ein bisschen aus, als ob das Bild im Hintergrund eben mit verschmilzt. Und dann als eben Font habe ich jetzt hier glaube ich auch ein bisschen was anderes hier mit eingegeben. Nicht irgendwie ein reines Weiß, sondern eben so ein leicht gelbes Weiß. Das können wir auch mal hier einfach nochmal mit hinzufügen in unsere Farbpalette. Und ein paar Texte, damit das ein bisschen realistischer eben alles ist. So. Und jetzt haben wir auch noch hier die Möglichkeit, den Button zu invertieren. Und dann wird er auch weiß. Und das sind alles Sachen, die sind sozusagen in der Library jetzt schon mit drin. Das müsste schon auch responsive sein. Gucken wir mal. Genau. Haben wir jetzt hier also responsive unten. Das Bild ist unten auf Mobile und Tablet Down und sonst eben nebeneinander. Und jetzt kommen wir hier zu dem zweiten, wo wir im Prinzip auch einfach mal ein Bild erstmal brauchen. Nehmen wir hier einfach mal das hier. Und hier könnten wir einfach mal hinschreiben Product One. Und hätten dann hier auch nur einen Button. Vielleicht irgendwie Details. Und dann hätten wir das jetzt über die ganze Breite. Wie wäre es? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir den Textelement vielleicht eher mittig von diesem Block haben. Das ist ja jetzt immer genau irgendwie 50% breit. Und jetzt könnten wir hier eben hingehen und sagen, gut, wir wollen genau diesen Bereich hier einfach immer mittig haben. Also Header 37 Content. Wichtig ist jetzt, dass wir auch hier oben immer noch die gleiche Komponente benutzen. Das heißt, wir müssen hier jetzt eigentlich einen zusätzlichen Combo-Class vielleicht integrieren. Zum Beispiel ist Center könnten wir hier machen. Da könnten wir einerseits den Text einfach zentrieren. Und eben mit Flexbox vielleicht das Ganze noch einmal vertikal und dann mittig machen. Das Problem ist, dass es trotzdem jetzt nicht mittig von den Boxen ist, sondern hier noch in unserem nochmal durch die Maximalbreite einfach eher auf der linken Seite ist. Das heißt, wir müssten hier einmal nochmal ein Diff mit rummachen. Und da sagen wir einfach mal Header. Ich behalte das jetzt einfach mal bei mit den Texten. Header 37 Content vielleicht Wrapper. Und da schieben wir den jetzt hier rein und machen den hier auch nochmal eben zentriert. Zack. Und der ist immer 100% Breite und hat dann sein Kind-Element, was maximal dann 40 Rem breit ist, wie man hier sieht. Und deswegen wird es dann mittig angezeigt. Und so hätten wir jetzt hier eine, so eine, sag ich mal, Produkt-Teaser-Bereich. Und das Ganze können wir jetzt hier einfach einmal duplizieren. Und das haben wir jetzt hier auch nochmal da drunter. Und da könnten wir jetzt hier im Prinzip die zwei Dinger einfach tauschen. Das müsste auch funktionieren. Ja, passt. Das nächste, was wir vielleicht drin haben wollen, ist zwei Produkte nebeneinander. und nicht jetzt so groß. Und da könnten wir jetzt hier einfach bei den Block-Teasern vielleicht einmal reinschauen und uns dann einfach hier das hier zum Beispiel einfach nehmen. Ich kopiere mir jetzt hier mal Block 46. Auch wenn das jetzt kein Block sein soll, ist im Prinzip ja egal. Ich kopiere mir das jetzt hier hin. Und hier siehst du jetzt auch, dass wir hier einmal den Page-Padding hier mit drin haben. Der ist quasi unser Gatter außen. Und dann nochmal hier ein Padding Vertical. Und das ist im Prinzip das, was wir jetzt hier oben auch bräuchten. Also Padding Vertical, kopiere ich mir mal den Namen und dann können wir jetzt hier oben sagen, ich möchte jetzt gerne hier diese Komponente auch nochmal mit einem Padding Vertical und dann Padding X Huge mit haben. Und da packe ich das einfach rein. Und da haben wir jetzt im Prinzip hier nochmal so ein bisschen Abstand. Hier auch. Ob man das jetzt will oder nicht. Also das ist eben die Sache, die ist auch bei Responsive jetzt hier mit drin. Kann ja auch sein, du möchtest das nicht so haben. Aber so funktioniert das quasi auch nach dem Style-System. Im Prinzip hätte man so nochmal so eine Section integriert. Jetzt schneidet er hier auch so ein bisschen das ganze Bild ab. Da ist es jetzt einfach so, kann man natürlich reingehen und das einfach verändern. Man könnte sich auch anschauen, wie haben die das jetzt hier eben aufgebaut. Das Ganze machen wir jetzt hier eben ein bisschen anders. Machen dieses Object Fit von der Grafik eben raus. Nehmen hier den Padding raus und haben hier jetzt im Prinzip dann die großen Bilder drin. Bei so einer Landingpage gibt es natürlich immer so eine Testimonial Section. Habe ich hier schon mal aufgerufen. Und da gibt es sogar welche, die auch mit Slidern quasi schon vorgefertigt gebaut sind. Und hier muss ich jetzt erstmal nicht mehr viel machen. Ja, das sieht im Prinzip schon super aus. Auch Responsive sind hier die Elemente dann alles noch bedienbar und funktionieren. Das könnte man auch jetzt ans CMS quasi mit anbinden. Jetzt sagen wir mal, wir wollen ein Hintergrundvideo haben, wo so ein bisschen Text noch drauf ist. Da könnten wir hier jetzt mal filtern nach Background-Video. Und schauen wir uns das einfach mal an, wie das hier aussieht. Im Hintergrund können wir jetzt, da ist das Video-Element, sehe ich hier. Das können wir jetzt hier also auch direkt noch mit hochladen schon mal. Parallel können genauso hier unsere Buttons quasi wieder anwenden. Hier finde ich echt die Designs auch schon eigentlich ziemlich cool. Da würde ich nur noch die Button oder sowas eben anpassen. Aber das füge ich mir hier jetzt auch einfach mal unten noch mit rein. Sieht ja eigentlich schon ganz cool aus. Und hier wird jetzt auch gerade das Hintergrundvideo schon reingeladen. Dann würde dann vielleicht ganz unten einfach nochmal so eine Kontakt-Section mit reinkommen. Da könnte ich mir vorstellen, auch sowas, wo man vielleicht noch so ein Bild mit integriert von irgendwie, sagen wir, es wäre jetzt irgendwie so eine Agentur, wo es irgendwie mehrere noch Stationen gibt. Ja, könnte man hier dann einfügen. Und hier siehst du, kann man dann auch sehr einfach die Länder und Städte sozusagen toggeln. Und so haben wir im Prinzip ziemlich zügig auch schon ein bisschen, ja, Content mit in so eine Landingpage gebracht. Das Ganze jetzt hier innerhalb von, ja, weiß ich nicht, 15 Minuten. Klar, wenn du jetzt nochmal hingehst und wirklich ein bisschen Design auch anwendest, ein bisschen Farben änderst, Größen, Headings etc., Texte einfügen, dann dauert es schon ein bisschen länger. Aber du kannst mit dieser Library locker, locker, locker an einem Tag eben eine Website umsetzen. Vor allem, weil das Ganze dann letztendlich jetzt hier schon responsive ist, ja. Also die ganzen Funktionen sind schon da. Und ich finde gerade das Design ist jetzt so reduziert, damit es irgendwie bei allem ganz gut passt. Genauso kann man es auch super simpel eben erweitern. Falls du das Ganze mal testen willst, der Link ist in der Videobeschreibung. Du kannst mit dem Rabattcode Jonas20 20% auch sparen, wenn du möchtest. Oder eben einfach mal einen Monat eben für einen Kundenauftrag ausprobieren und danach wieder kündigen. Dafür ist der Rabattcode auch zu haben. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.